In der Mitte des 15. Jahrhunderts gab es fahrende Theatertruppen, die durch Norditalien tourten und auf den Marktplätzen den Menschen Mysterienspiele vorführten. Sie führten Theaterstücke auf geistlichen, religiösen Inhalts. In Florenz ist es bezeugt, in Venedig waren sie verboten, doch eines hatten sie immer gemeinsam. Es gab eine Figur, die aus der Handlung heraustrat, eine Chorfigur, eine Nebenfigur, ein Hirte, etwa ein Soldat. Jemand aus der Gruppe, der nicht im Zentrum der Handlung stehenden. Und diese Figur sprach mit den Menschen, mit dem Publikum und erläuterte, was gerade gespielt wird. Diese Figur durchbricht also die Barriere zwischen dem imaginären Raum der Szene und dem realen Raum des Publikums. Ich möchte in diesem Zusammenhang Michael McSendall zitieren aus seinem Buch Die Wirklichkeit der Bilder, wo er schreibt. Zum Beispiel wurden solche Spiele von einer Chorfigur eingeleitet, dem Festaiuolo, so heißt nämlich diese Figur, oft in der Gestalt eines Engels, der während der Handlung des Spiels als Vermittler zwischen dem Betrachter und den geschilderten Ereignissen auf der Bühne blieb. Ähnliche Chorfiguren, die den Blick fangen und auf die zentrale Handlung hinweisen, wurden oft von Malern verwendet. Alberti empfiehlt sie sogar in seiner Abhandlung über die Malerei. Zitat Ich wünschte, es gäbe da eine Figur, die uns über das Geschehen des Bildes belehrt und unterrichtet. Der Betrachter des Quattrocento nahm solche Chorfiguren gewöhnlich über seine Erfahrung des Festaiuolo wahr. Oder aber die Spiele wurden von Figuren aufgeführt, die zwischen ihren Auftritten die Bühne nicht zu verlassen pflegten. Stattdessen setzten sie sich in die ihnen zugewiesenen CD auf der Bühne und standen wieder auf, wenn sie ihre Zeilen zu sprechen oder ihren Part zu spielen hatten. Auf den Bildern des 15. und 16. Jahrhunderts, vor allem aber des 15. Jahrhunderts, ist der Festaiuolo leicht zu erkennen. Er schaut uns an, meistens über die Schulter, mit einem Blick uns zugewandt, und zwar immer uns zugewandt. Das bedeutet, egal in welchem Punkt des Raumes wir uns auch bewegen, er schaut uns immer an. Und dieses Anschauen ist keine Beobachtung, sondern, wie Beck-Sendel schreibt, eine Referenz zum Festaiuolo, eine Ansprache auf den alltäglichen Erfahrungsbereich des Menschen Mitte des 15. Jahrhunderts. Denn dieser war es gewohnt, dass eine Figur aus der Handlung heraustritt, in diesem Fall aus dem Bild heraustritt, und Kontakt zu ihm aufnimmt. Die Frage ist nun, ob sich dieses in der Musik auch finden lässt. Die Klage der Messagera wird vom Chor aufgegriffen. Die persönliche Klage der Boten spiegelt sich also im Kommentar des griechischen Chores. Dieser tritt an die Stelle der rondoartigen Instrumentalsinfonia, wie sie die Akte durchzieht. Immer wieder betritt der Chor die Bühne oder tritt nach vorne und wiederholt dieses Mantra der Klage. Umgekehrt tritt aus dem Chor das Individuum heraus, nämlich tatsächlich die Messagera. Monteverdi lässt uns also eine Entwicklung verfolgen, die sich von der anachreontischen Tanzszene, in den ersten Bildern des ersten Aktes, zum Abrutschen in die Katastrophe entwickelt. Von der Instrumentalsinfonia zum monodischen Bericht des Todes zur chorischen Fassung, also quasi zur chorischen Monodie. Musikalisch bedeutet das, dass Monodie und mehrstimmige Bearbeitung eine wechselseitige Beziehung zueinander eingehen. Solches zeigt Monteverdi auch in seinen Matrigalen, etwa im Lamento d'Ariana. Es gibt davon eine monodische Version und ein fünfstimmiges Matrigal. In dem Matrigal Sogava con l'estella aus dem vierten Buch der Matrigale notiert Monteverdi die Oratione, also die freie Rede, den Stile Regitativo, als rhythmisch unwegbare und ametrische Sprache über einer Brevis. Er konkretisiert also nicht den epischen Sprachfluss. Die freie Ausführung orientiert sich natürlich am Sprachfluss der italienischen Sprache, an deren Prosodie. Richtig überzeugend kann das aber nur einem Solosänger gelingen und für einen solchen ist ja so eine Notationsform auch gedacht. Im Chor muss man sich so oder so rhythmisch verabreden. La fereste, colbostraure ascendiente, die Tosa. La fereste, colbostraure ascendiente, die Tosa. Gibt es andere Stellen, prägnante Stellen, an denen sich eine Solostimme, also ein Individuum, aus dem Chor herauslöst, also aus einer überindividuellen Gruppe, einer gewissermaßen objektiven und betrachtenden Instanz. Wobei ich nicht meine, dass eine Fugas-Scholter, die ja auch mit einer Solostimme beginnt, in diesen Kontext zu stellen ist, sondern tatsächlich ein Tutti in ein Konzerttritt mit einer Solostimme. Da finden wir natürlich sehr, sehr viel. Wir finden das Lauda aus der Marienvespa von Claudio Monteverdi. Auch im Verleihe uns Frieden genetiglich von Heinrich Schütz aus der Geistlichen, der Geistlichen Chormusik, tritt ein Solotenor, als Solotenorstimme, antizipierend aus dem Chor heraus. Das ist kein großes Solo, es ist auch keine Fuga, Es ist einfach nur eine Antizipation eines musikalischen Festaiuolo in Bezug auf die Gruppe. Das ist ein einzelnen Kriterium, das ist ein Zusammenhang mit einer Solotenorin, und den Koronchen 편ienliche Enteuropseln zu holen. Das ist ein Einzelnen, ein Teil des Koronchen, das ist ein Teil des Koronchen, das ist ein Teil des Koronchen, es ist ein Teil des Koronchen, das ist ein Teil des Koronchen, das ist ein Teil des Koronchen. Wer noch zu unserer Zeit ein, wer noch zu unserer Zeit ein, wer noch zu unserer Zeit ein, es ist doch ja kein anderer Licht, es ist doch ja kein anderer Licht, Wir sind es doch, wir sind es doch. Meistens ist der Festergiollo antizipierend. Eine prägnante Ausnahme finden wir im Actus Tragicus von Johann Sebastian Bach. Dort nämlich tritt in der Chorfuge Es ist der alte Bund ein Solosopran aus dem Chor heraus und kommentiert gewissermaßen die Fuge. Erklärt sie auch in individueller, geradezu pietistischer Art und Weise. Das Interessante ist, dass dieser Chor sopran auf die Worte mein lieber Herr Jesu alleine übrig bleibt. Und mit alleine meine ich tatsächlich vollkommen alleine, nicht nur, dass er sozusagen überhängt aus dem Chor und die Chorstimmen verschwinden, sondern sogar der Generalbass mit dem pulsierenden Orgelpunkt F verschwindet. Musik 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 In Beethovens Missa Solemnis gibt es keine wirklich isolierten Solopathien. Ein Solistenquartett ist dem Chor gegenübergestellt. Jede chorisch besetzte Stimme hat ihr solistisches oder monolisches Gegenüber. Allein diese Disposition lässt sich durchaus historisierend mit der Renaissance-Kategorie des Festaiolo beschreiben. Gleich zu Beginn des Kyrie wird das besonders deutlich. Musik 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 Die Festaioli lösen sich aus dem Chorischen Tutti heraus, ohne jedoch eine eigene, gewissermaßen solistische Melodie zu entfalten. Der solistische Ton tritt aus der Gruppe heraus, in dem er liegen bleibt. Dieses einfache Mittel lässt an die griechische Tragödie denken, in der das Individuum nach vorn zum Szenenrand schreitet und seine Maske ablegt, also zum Individuum wird. Im Grunde also wie ein Concerto Grosso. Denn auch Muffert etwa in seinem Zyklus Harmonico Tribudu setzt ja keinen Solisten, sondern eine Solo-Gruppe dem Ripieno gegenüber. Der Renaissance-Mensch braucht den Festaiolo, der aus der Gruppe heraustritt und das Geschehen aus der Sphäre des Objektiven auf die Ebene des Subjekts herunterholt. Das ist nicht nur ein Wesenszug der Renaissance oder des Renaissance-Mysterien-Spiels Norditaliens, sondern weist weit darüber hinaus. Es geht im kulturhistorischen illusionären Kern um das Spannungsfeld von göttlicher, allgemeiner Ordnung und kollektivem Bewusstsein und individuellem Schicksal, das sich seiner bewusst wird und emanzipiert. Dieses Spannungsfeld lebt schon in der antiken Tragödie und es wundert nicht, dass diese Tragödie oder die Tradition dieser Tragödie in der Renaissance zu neuem Leben erweckt wurde. Ganz im Gegensatz zum Mittelalter, wo das Individuum so gut wie keine Rolle spielt. So gesehen ist also die Renaissance nicht nur die Wiedergeburt des Menschen, sondern tatsächlich auch die Wiedergeburt des Individuums. Zwischen dem Oedipus und dem Antigone-Stoff gibt es einen entscheidenden Bruch. Oedipus ist Teil eines göttlichen Fatums und in ihm gefangen. Sein Paradoxon ist, dass er, je mehr er versucht, seinem vorgefassten Schicksal zu entgehen, umso mehr dieses Schicksal heraufbeschwört. Aus der Gefangenschaft des Fatums gibt es kein Entrinnen. Erst Antigone emanzipiert ihr subjektives Recht und das ihres toten Bruders vor dem allgemeinen diktatorischem Recht, das sie entlarvt als sinnlosen Befehl. Wo Ismene noch vor der scheinbar legitimen Macht Krayons ängstlich zurückweicht, zeigt Antigone mutig Flagge und personifiziert Antarem die kantische Moralphilosophie als Leitlinie des menschlich handelnden Subjekts. Der Festagiollo ist daher nicht nur ein Kunstgriff, um die Aufmerksamkeit des Hörers in Norditalien des 15. Jahrhunderts zu gewinnen. Er ist viel grundlegender, ist jedoch beispielhaft für die Emanzipation des Individuums von einem kollektiven Menschenbild. Das bedeutet für die bildende Kunst, dass es zu kurz greift, würde man den Festagiollo nur auf eine Einzelfigur reduzieren, die uns aus einem Bild heraus anblickt. Es geht hier auch um die Individualisierung des Porträts. In der Proto-Renaissance sind die Mariendarstellungen nicht personalisiert. Die Physiognomie Mariens ist grundsätzlich abstrakt. Man hat also nicht das Gefühl, einer jungen Frau im Diesseits, im Fleisch und Blut gegenüber zu sitzen. Maria ist bereits zu einem Himmelswesen geworden, von Gold umgeben, von einem goldfarbenen Aklat, keineswegs von einer Landschaft oder einer Stadt, das heißt einer vertrauten Umgebung. Wird allerdings diese Aklat von der vertrauten Umgebung ersetzt und erhält Maria individuelle Züge einer lebendigen Frau, die sich tatsächlich um ihr kleines Baby kümmert, dann wird sie zu einem lebenden Individuum. Wie sehr das individuelle Porträt und die allgemeine religiöse Ikone ineinander greifen, sieht man am Selbstporträt Albrecht Dürers aus dem Jahre 1500. Es ist ein Selbstporträt und trotzdem ist es nicht klar, ob es sich tatsächlich um ein solches handelt oder um ein Abbild Christi. Auf dem Bild ist eine Inschrift zu lesen. Albertus Duerus Noricus Ipsum me propri sic effingibam chloribus etatis anno vicesimus et octavus So malte ich Albrecht Dürer aus Nürnberg mich selbst in naturgetreuen Farben im Alter von 28 Jahren. Allerdings kann man diesen Signaturtext auch so lesen, als spräche Christus selbst zu uns, nämlich Albrecht Dürer malte mich im Alter von 28 Jahren. Ein religiöses Porträt hat also ein weltliches Gesicht, ein aus dem Alltag gemaltes, natürliches Gesicht, aber doch eine jenseitige Dimension. Das ist wohl der Vorgang der Säkularisierung. Wir finden sie in der Musik, in der Kunst, in der Literatur. Doch bleiben wir bei der Musik. Zum Beispiel in dem Matrigali amorosi spirituali Monteverdis. Aus dem Matrigal, sogar Vakonistelle, aus dem vierten Buch, in dem ein Liebeskranker die Sterne um Himmel, um Hilfe bittet, bettelt, um Hilfe bittet, wird durch Umtextierung Ostelle im Sinne von Avimare Stella, also der Stern des Meeres, der hier das Matrigal bestimmt. Und Johann Hermann Schein nennt seine Sammlung Israelsbrünnlein tatsächlich weltliche, Entschuldigung, geistliche Matrigale. In der nächsten Vorlesung werden wir diesen Weg weitergehen. Wir werden entdecken, wie Maria vom Engel besucht wird und wie sie auf die Verkündigung, dass sie schwanger sei und den Erlöser der Welt gebären wird, reagiert. Und wir werden sehen, wie im Sinne der Rhetorik, der psychologisierenden Rhetorik des 15. Jahrhunderts diese Reaktionen, wie sie im Lukas-Evangelium beschrieben sind, transzendiert werden in eine allgemein menschliche Befindlichkeit, in ein allgemeines Reaktionsmuster auf schwere, überraschende, verstörende, berührende Nachrichten. Hier noch einmal am Klavikord gespielt der Schluss des Chorsatzes, es ist der alte Bund, aus dem Actus Tragicus mit dem Solo-Festaiuolo im Sopran am Ende. Untertitelung des ZDF,